Die Welt lebt damit. Sie leben damit. Viren werden gestohlen. Manipuliert, zweckenfremdet. Mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Politikern, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik. Stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmob, der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Man nennt uns... ...Terrasy. Denn Ter muss nicht mit Orist enden. ... 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 Tera hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie und ihren Vater? Aber hallo. Gefährliches Terrain. Okay. Du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du da noch drin? Hey, ich beschütze nur Terra Safe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer. Viel Glück beim Einreiten. Sie ist doch kein Pferd. Ciao. Oh oh. Was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal um was ich ihn bitte. Er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Ich bin Freunde. Oh oh. Ja. Ja. Ah. 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 Lass mich los! Claire Redfield, Sie kommen mit uns! Was? Nein, das ist sicher ein Irr... Claire! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hä? Warum hat sie sich geöffnet? Ich hab nichts gemacht. Wohin wurde ich gebracht? Ist das... Meurer? Oh mein Gott, Clea! Kein... Meurer, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Clea, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhig dich! Mein... was zum... Sei mal still, lass mich! Oh, Clea, ich will nur nach Hause! Keine Sorge! Wir werden hier rauskommen! Nichts hier ergibt einen Sinn! Was haben wir gemacht? Wünschte ich wüsste's! Das ist so abgedreht! Was glaubst du, was das mal war? Ich fühle mich hier nicht, oder? Oh... Was ist das denn? Oh... 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 Das ist das ist das Wundersicht! Soll es dir das hier? Oh... ... Oh... Hast du das gehört? Ist hier drin noch jemand? Mein Gott. Was für eine Scheiße. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Meura. Los! Okay. Vorsicht! Bleib zurück! Was? 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 Ich weiß es nicht. Was? 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 Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht finden wir etwas anderes für dich Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas, ehrlich Du hast etwas glänzendes, aber ich kann es nicht erkennen Lea, das hast du gesehen, oder? Ja, da war... Irgendwas Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen Sprecht mit mir Was hat das zu bedeuten? Die Armgreife wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht Und wer genau sind Sie? So viel Leiden Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt Spricht sie mit uns oder zu uns? Hier scheint's rauszugehen Spricht sie mit uns aus Oh, sieht gemütlich aus. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Gesteckt etwas fest. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. Vielleicht finden wir draußen jemanden, der uns hilft. Ich will doch nur hier im Haus. Einen Schritt nach dem anderen. Scheiße! 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 Das war's für heute. Was ist das? 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 Oh mein Gott! Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was ist das?